Hallo meine Lieben und willkommen zu einem weiteren Video von mir. Wie ihr gelesen habt, sind wir heute wieder am Start. Erstmal habe ich heute Homeoffice, mein erster Homeoffice-Tag. Ich habe ein Produkt euch vorzustellen. Diese beiden Sachen, das sind Food Supplements, Nahrungsergänzungsmittel. Auch übersetzt, und zwar sind die beiden von Herba Boxer. Und zwar habe ich einmal hier das Produkt, Lung World. Und ich habe einmal hier Neuro Health, nennt sich das. Ich nehme mir die Produkte seit ungefähr zwei Wochen und muss schon einiges feststellen. Zum einen gehe ich erstmal auf dieses Produkt hier ein, und zwar Lung World nennt sich das. Dieses Produkt hier enthält, also ist glutenfrei, es ist vegan, es ist organisch, non-GMO und zuckerfrei. Produkt, ich werde euch natürlich auch hier überall auch nochmal was hinzutun, also die Vorteile von den Produkten. Das hier ist speziell dafür da, dass eure Lunge befreit wird, also dass ihr besser atmen könnt. Die normale Lungfunktion wird supported. Sie, für mich selber persönlich, haben die mir eher geholfen beim Sport, würde ich sagen. Also meine Ausdauer ist ja nicht so dolle. Und ihr wisst ja, wenn man, was ich mache, ist halt, wenn ich dreimal in der Woche zum Sport gehe, ist, dass ich zwei, nee, einmal in der Woche nur Ausdauer mache. Und zweimal Kraft, Sport und ein bisschen Ausdauer. Und ich muss sagen, die haben mir soweit geholfen, weil ich dadurch, ihr wisst, Ausdauer, man kann nicht atmen, man hat das Gefühl, die Lunge brennt oder die Lunge platzt. Nein, also ich muss sagen, ich kann viel besser atmen. Ich bin, ja, man kann halt einfach viel besser atmen beim Sport. Man ist so, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, du kannst einfach besser atmen, freier atmen. Und ich muss sagen, wie gesagt, ich nehme sie seit circa zwei Wochen und jetzt schon spüre ich das beim Sport, besonders spüre ich das, wie die meine Lunge befreien. Und auch hier, Leute, nehme ich hiervon zwei Stück pro Tag. Also am Tag zwei Kapseln, vorzugsweise mit einer Mahlzeit. Diese helfen sehr gut beim Gedächtnis. Also ich leide ja etwas länger schon darunter, dass ich mir Sachen nicht so gut merken kann. Neuro Health, wie gesagt, heißt das. Und es unterstützt die Gehirnfunktionen, fördert das Kurz- und Langzeitgedächtnis. Und es wurde mit natürlichen Mitteln hergestellt. Ich werde euch natürlich auch hier nochmal alles aufzeigen. Ich nehme das jetzt schon seit circa zwei Wochen ein. Und ich muss zugeben, also mir hilft es halt, ich habe das Gefühl, ich kann besser, also ich kann mich besser konzentrieren. Den Tag über, das definitiv. Ich hatte ja davor eher so auch Probleme mit dem Gedächtnis, Sachen zu vergessen, Passwörter zu vergessen und all sowas. Und ich muss sagen, in den letzten zwei Wochen ging es. Also es ging besser und ich glaube, wenn ich das weiterhin nehme, wird es auf jeden Fall noch besser, was jetzt solche Dinge angeht. Mit Passwörtern, mit Konzentration gerade auf der Arbeit, diese acht Stunden, die man ständig konzentriert sein sollte, muss. Dabei hilft das auf jeden Fall. Die Packung kommt mit 60 Kapseln und man nimmt immer zwei Kapseln ein. Also 60 Kapseln, zwei Kapseln pro Tag müsstet ihr dann davon einnehmen. Also nehme ich davon ein, zwei Kapseln pro Tag. Das Gute ist, dass die Dinger auch vegan sind. Sie sind glutenfrei, sie sind frei von Gentechnik und die sind auch zuckerfrei. Weil, ja, die sind auch zuckerfrei, was richtig, richtig nice ist. Also ich habe einmal die, wie gesagt. Und ich muss sagen, mir helfen sie schon sehr, sehr gut. Und ich hoffe natürlich, dass es mir weiterhin helfen wird. Ja, Leute, das sind die beiden Nahrungsergänzungsmittel, die mir zugeschickt worden sind. Und ich muss sagen, also ich habe schon jetzt gesehen, wie sie bei mir für mich wirken. Nach zwei Wochen merke ich schon langsam, dass es wirkt. Also es fällt einfach schon jetzt auf, nach so einer kurzen Zeit. Und ich habe mir hier extra so ein Ding hier bestellt. Also ich kann es euch auch nochmal unten verlinken. Ach so, und mit 10 WIG, also ich mache euch hier meinen Code hin, bekommt ihr 10% Rabatt auf eure Bestellung, Leute. Wie gesagt, ich habe mir das Ding hier geholt von Amazon. Und ja, ich kann sie euch nur empfehlen, Leute. Wie gesagt, mit meinem Code 10 WIG bekommt ihr 10% auf eure Bestellung. Also, genau, damit wollte ich jetzt anfangen. Also ihr wisst ja, ich habe Homeoffice. Also genau, ich lasse euch natürlich auch die Links zu den beiden da, aber es gibt noch viel mehr auf deren Seite. Und genau, es gibt noch mehr auf deren Seite von denen. Also mit meinem Code. Den Code lasse ich euch auch natürlich unten. Bekommt ihr 10% Rabatt auf eure Bestellung. Und das Coole ist, man kann wählen, ob man eine Packung haben will, zwei Packungen oder drei Packungen. Desto mehr man nimmt, desto mehr Rabatt hat man drauf. Plus man kriegt noch meinen, mit meinem Code, noch einen 10% Rabatt dazu. Ist das nicht cool? Ja, das ist cool. Genau, Leute, ja, gönnt euch. Das sind die beiden. Bis dann. Bis dann.